Willkommen, willkommen zurück, zurück hier beim Herrn Lück und dem Spiel, jetzt hätte ich mich fast verquatscht, Crysis 2. Finde den Eingang zum Hive. Kämpfe dich über die Plaza. Ich weiß zwar nicht, warum wir uns über die Plaza kämpfen müssen, weil, hey, die kleinen Viechter, weil wir ja im Endeffekt noch gar nichts gekämpft haben oder uns kämpfen mussten, aber das wird wahrscheinlich noch kommen. So, und deswegen werden wir hier mal relativ schnell versuchen, hier sind überall Munitionsgeschichten, aber eigentlich brauche ich die gar nicht. Tür öffnen, los, mal gucken, was da ist, bam, Tür auf, oh, eine Marshal gegen eine Stealth Marshal, na, das ist ja Quatsch, brauche ich nicht. Taktische Bewertung empfohlen. Karteninhaber melden sich unverzügig bei SEL-Mitarbeitern, okay, Tarnmodus, machen wir mal. Faszinierend, faszinierend, wie viele seid ihr? Ach, du Schande! Ach! Wie viele braucht ihr denn? Oh, 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 ihr braucht zu viele. Ihr braucht zu viele Schuss. Wie viele seid ihr denn? Ob ich mal wieder hochgehe? Kann ich das? Ne, ich glaube nicht. Okay, wir machen uns mal kurz wieder sichtbar. Und dann wieder unsichtbar. Ah, jetzt geht's los. Achtung. Au, au, au. Panzerwotus ist immer gut. Ja. Komm her. Arschloch. Au, au, au. Energie. Nein, weg. Ah, Mist, man muss natürlich treffen. So zum Beispiel. Oder so. Ah. Oh. War's das? Haben wir's jetzt? Haben wir's jetzt? Nein, das sind immer noch welche. Oh, la, la, la. Hier, nehmt das. Und das hier. Wo seid ihr? Da, nehmt das. Arschloch. Haha. Da oben. Arschloch. Nimm das. Wie viele seid ihr denn noch? Kommt, Jungs. Nimm das. Ha, 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 ha. Wir laden nach. So. Oh, da ist noch einer. Warte mal, wie war denn das mit... Na, ich weiß gar nicht mehr. So. Aufgeladen. Jetzt können wir erstmal hier rüber gehen. Und wir werden uns natürlich... Na, na, na. Ach, das bringt doch nix, oder? Das ist Quatsch, was ich mache. Das ist Quatsch. Hier sieht's aus, Alter. Ha, ha, ha. Hier. Erstmal schön aufmunitionieren. So, mein Freund. Jetzt pass mal auf, Vogel. Einmal. Okay. Du willst es also nicht anders. Hinter dir. Immer hinter dir, du Vogel. Was hätt ich dir gedacht? Spritzer. Haha. So macht man das. Falls das mal jemand wissen wollte. So, Granaten. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh, oh. Halt, halt, halt. Was war das denn jetzt? Für ein Scheißgeräusch. Ich muss nochmal kurz gucken, was ich hier machen kann. Was kann ich denn kaufen? Ich hab 820. Aufklärungsalarm. Mobilität. Verdeckter Einsatz. Pferdensucher. Ne, das ist alles Quatsch. Brauche ich im Moment nicht. Sparen wir uns. Was? Achso, wo müssen wir denn lang? Da runter. Ja, dann versuchen wir das doch mal. Gehen wir doch mal hier lang. Und hier lang. So, dann hier runter. Ne, hier geht es nicht runter. Da geht es lang. Ah, ja. Oh, 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 oh. Hier, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Zack. Zack. Zwei Schuss brauchen die. Okay, alles klar. Zwei Schuss. Der hier erstmal. Einer. Und noch einer. Oh. Der braucht drei. Arschloch. Komm her. Und der braucht bloß ein. So. Gibt es ja noch einen, der noch eine verpasst haben will. Ah, genau. Wir nehmen mal alles mit an Nano, was wir kriegen können. Und hier. Gucken wir mal, ob es noch irgendwie Moon gibt. Oh ja, hier. Das sieht gut aus. Sehr schön. Ich kann mal bloß 20 mitnehmen oder was, ne? Hm, scheint so. Okay. Dann machen wir das mal wieder aus, damit die Energie wieder etwas höher gehen kann. Und da geht es hier hoch, oder wie? Ah. Oh, was war denn gerade? Finde den Eingang zum Hive. Brich ins Rathaus durch. Ah, ja. Die City Hall. Da müssen wir hin. Ins Rathaus. Da sind wir. Radio Freeman Head. Wollt ihr wissen, was der Mann jetzt vorhat? Es reicht ihm nicht, unsere Stadt mit steuerfinanzierten, bewaffneten Halunken zu überfluten. Jetzt haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle kamen. Aha, ist das. Hm. Wir konnten in Mittau und die Mediensperre überwinden und haben uns über Handy folgende... Es war eine gehende Maschine, Mann. Wie früher bei Krieg der Sterne oder Krieg der Welten oder was weiß ich. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin nur noch gerannt. Gut, okay. Die Nachrichtensendung ist jetzt nicht so spannend. Ah, haben wir alles, ne? Was ist das? Brauchen wir nicht. Oh, hier geht's weiter. Guck mal. Oh la la. Oh la la. Oh, 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 oh. Also grafisch, ich bin echt beeindruckt. Taktische Bewertung. Hargreave. Wir machen uns mal unsichtbar kurz. Ist hier jemand? Nein. Aber was ist das denn? Sag mal, alter Schwede. Hier haben sie aber echt was aufgefahren. Oh. Da war mal... Sie sollten von ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Umsehen. Das Schiff, das dort als Knote heute angeschossen hat, muss irgendeine Folge dem roten Land auch da. Oh, 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 oh. Sie haben eine Lose oder einem Silo. Wahnsinn. Okay, da sind schon wieder rote Punkte. Ich muss aber erst mal gucken, wie ich hier irgendwie rüberkomme oder runter. Oh, Mist. Mist. So, komm mal her hier, du Vogel. Nimm das. Wer ist noch hier? Wo ist denn noch einer? Da drüben der, oder? Hier, nimm das. Stehst du immer noch? Und du? Schere dich. Kunde. So. Wo geht's denn lang? Ich muss da rüber. Meine Fresse, das haben die aber ja richtig geil gemacht. Muss ich hier runter? Geht denn das überhaupt? Oder wie kann ich hier lang gehen? Ah. Wer schießt denn da? Wah. Shit. Okay, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich lebe noch. Wir machen uns mal... ...tornungsbereit. Maximale Panzerung ist immer gut. Komm her, du Arschloch. Hier. Nimm das. Und das. Und schere dich. Geh mir fort. Da. Pam. Und du auch noch. Ach du Scheiße. Wie viele seid ihr denn? Da. Geh mir fort. Vogel. So. Ihr wart ja jetzt nicht gerade die große Herausforderung, Jungs. Ich wollte es bloß mal sagen. Na? Oh. Scheiße, was machen die denn? Oh, Mist. Es kommt immer mehr. Es kommt immer mehr. Immer mehr von diesen scheiß Viechtern. Wir könnten das mit Stealth machen. Machen wir aber nicht. Wir machen das so. Ach du Scheiße. Ach, Scheiße. Habe ich nicht aufgepasst. Okay. Nochmal. Komm. Marien. Du, letzter Spielstand. Ah, jetzt geht es hier hoch wieder. Äh, nee. Nicht durch das ganze Gebäude. Äh, Mist. Das ist ja ätzend. Ach nee. Gut. Okay. Hier kommt man raus. Taktische Bewertung. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich weiß ja, was ich machen muss. So, wir wollten uns nochmal umschalten. Äh, umschauen. Das machen wir jetzt. So. Und jetzt machen wir uns unsichtbar. Pamm. Hehehe. Hehehe. Hier bin ich, du Arschloch. Genau hinter dir. Oh. Wieso bist du denn noch am Leben? Was machst du denn, Kunde? Wie viele? Wie viele seid ihr? Arschlöcher. So. Komm her. Hier bin ich. Mensch. Ist jetzt mal gut. Geh weg. Kunde. Scheiße. Okay. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann. Na dann. Ciao. Tschüss. Äh, Quake sagt Tschüss. Und Glück sagt viel Glück. Omar. расск nosso. Boa.